Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute mit dem Thema Diabetes und der Arzt verbietet Joghurt. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ist doch ja immer eure Ernährungstante. Das Thema Ernährungsberatung kann ja auch irgendwie keiner mehr hören. Kommen wir zum Patientenfall zurück. Also ich hatte einen Patienten gestern in der Beratung, der vor fünf Wochen das erste Mal da war mit Neudiagnose Diabetes, Typ-2-Diabetes. Und wir haben dann die Ernährung besprochen, Portionsmengen besprochen, nach Ernährungsmaß und eben auch Kohlenhydrate angepasst, aber nicht komplett weggelassen. Und der ist vom Hausarzt zum Diabetologen geschickt worden und ist an der Stelle dann den, ich glaube ein, zwei Tage vor der Zweitberatung tatsächlich beim Diabetologen das erste Mal gewesen. Und der hat straight gesagt, im Gleich-Erst-Kontakt, ohne zu fragen, was der Hintergrund ist, der Patient soll mal seinen Joghurt weglassen und Kohlenhydrate auch komplett, schließlich drei Malzeiten und alles andere funktioniert nicht. Er war so irritiert, dass er gar nicht mehr wusste, was macht er. Er hat dann versucht, ein paar Sachen umzusetzen, die Kohlenhydrate wirklich nochmal komplett rauszunehmen. Das gelingt ja nicht komplett, sondern man macht ja, wenn überhaupt, Low Carb im Zusammenhang der Kohlenhydratanpassung und Obst wegen der Vitamine sind ja auch wichtig. Aber kommen wir zum Joghurt zurück. Er hatte dann morgens den Joghurt gehabt und wir haben uns das einfach mal ganz in Ruhe angeguckt, was er gemacht hat. Er ist übrigens gestartet mit einem Hb1c von 11,6. Das heißt, das sind Blutzuckerwerte, die zwischen 200, 300, je nachdem im Gruben, wo die ungefähr liegen, also Milligramm pro Deziliter. Und an der Stelle ist es so, dass der jetzt, fünf Wochen später, mit der Ernährung, die er sozusagen bei mir in der Beratung gemacht hat, ist er runter auf 6,8. Also alles, was er vorher gemacht hat, auch mit dem Joghurt zum Beispiel zum Frühstück. Es waren Naturjoghurt, Früchte rein, hat noch Haferflocken reingemacht, Nüsse reingemacht, Leinsamen, Schiasamen und also sowas in die Richtung. Als Brei morgens im Zusammenhang mit der Eiweißquelle Joghurt, das hat ihn von einem hohen Hb1c, von einem sehr hohen Blutzucker runtergezogen in den niedrigeren Bereich. Und an der Stelle kann man nur sagen, ist der Joghurt nicht verkehrt und es ist auch ein Mythos, was da erzählt wurde. Also glaubt nicht immer alles, was euch gesagt wird. Hinterfragt es, schaut immer, habt ihr einen Erfolg damit, tut es euch gut. Der Joghurt an sich hat ja schon einen Anteil Milchzucker, das ist korrekt. Der lässt aber den Blutzucker nur langsam ansteigen. Und es ist so, dass der Joghurt ja auch eine Eiweißquelle liefert. Und wenn wir in Richtung Gewichtsveränderung gehen wollen, brauchen wir die Eiweißquelle für die Muskulatur beim Sport zum Muskelaufbau. Und wir brauchen das auch, weil das Körperfett einfach besser abgebaut wird, wenn ich genügend Eiweiß habe. Und der Blutzucker soll ja mit dem Insulinspiegel, speziell beim Diabetes. Ich als Diabetesberaterin kenne das ja aus der Praxis, den wollen wir ja nicht so stark ansteigen lassen. Also hat der Patient alles richtig gemacht. Wir haben dann darüber gesprochen, er wollte es moderat wieder mit reinnehmen. Ja, und die Irritation haben wir auch rausgenommen. Also immer personalisiert für sich selber schauen, was tut mir gut und wo habe ich sozusagen dann auch den Erfolg, den man ja nachweisen konnte. In diesem Falle von einem hohen AHW1C in den Normbereich zurück oder in den fast Normbereich. So ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ganz liebe Grüße. Denkt dran. Plus weg. Ihr wisst alle, wie das geht. Abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und habt einen schönen Tag. Eure Sandra. Da, da.